Daniela Krukova, hier sehen wir es nochmal am matten Rand, ein Ansatz Osotogari und dann entschlossen dahinter gestiegen mit Tani Otoshi, dem Konterwurf nach hinten und ganz kurz und trocken fällt die Kubanerin auf den Rücken, da gibt es nichts zu rütteln. Ippon, korrekte Entscheidung und das ist die Weltmeisterin Daniela Krukova aus Argentinien. Wir unterbrechen aber ganz kurz und sind gleich zurück mit dem Kampf in...